Und nicht vergessen zu abonnieren! Hey Leute und willkommen zu meinem Festival-Vlog im Jahre 2017. Diesmal geht's zum Mocha Karts. Ich hab gestern Abend noch da gesessen und gepackt und meine Kurte fertig gestickt. Ich will euch mir eben zeigen, welche neuen Petless ich draufgestickt hab. Und zwar einmal das von Fallbeak, dann Distance Layer. Das find ich richtig edel. Dies ist hier oben von Desserted Fever. Ich werd mich jetzt fertig machen. Ich war grad noch duschen und wir haben grad auch noch Brötchen aufgebacken. Und dann geht's auch schon los! So, ich bin jetzt fertig. Wir müssen dann nur noch die Brötchen aus dem Ofen holen und das ganze gekühlte Essen in die Kühlbox tun. Und dann fahren wir auch schon los. Und ja, wir sind gespannt vor allem, weil das jetzt unser erstes Festival ohne meinen Papa ist, weil der leider arbeiten muss und keinen Urlaub bekommen hat. Es kommt ja noch einer von unseren Kumpels mit, der Philipp und der war noch nie auf einem Festival. Also es wird sozusagen für uns alle irgendwie ein erstes Mal. Also Leute, so grandios haben wir hier das Auto gepackt. Das ist übrigens mein Sitzplatz. Ich bin heute auf sehr engen Fuß unterwegs. Decke und ja, hier ist eigentlich alles voll und hier vorne sitzt der Beifahrer. Und dann muss halt irgendwie noch die Kühlbox zwischen die Beine. Mal schauen, ob das klappt. Die Kühlbox hat vorne nicht mehr reingepasst. Deswegen liegt die jetzt hier so rum und ich werd die die ganze Fahrt so halten. Ich hoffe nur, dass wir heil ankommen, weil unser Auto ist so voll. Das geht gar nicht klar. Wir sind hier gerade in irgendeiner Stadt, irgendwas gedönst. Und da stand an so einer Bushaltestelle gerade an so einem Plakat einfach mal richtig groß. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um euch Sünder zu erretten. Ich dachte mir, so einen Scheiß habe ich noch nie gesehen. Wir sind da, aber allerdings natürlich Stau. Und da hinten ist ein Flugzeuger. Wir sind jetzt bestimmt schon seit über einer halben Stunde hier im Auto, schon auf dem Rockhartsgelände. Eine Stunde ist es eigentlich schon. Eine Stunde schon? Ach, okay, eine Stunde schon. Und wir haben einfach immer noch keinen Platz gefunden, weil es einfach alles schon so voll ist. Gestern war schon Anreise, aber da hätte man bezahlen müssen. So, und jetzt nach Ewigkeiten des Parkplatzsuchens haben wir endlich aufgebaut. Unser Zelt, Philipps Zelt noch und der Pavillon. Und jetzt haben wir endlich alles. Ich sag mal, um eins sind wir hier angekommen und jetzt ist es mittlerweile schon drei Viertel drei. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft, Mittag zu essen. Und wir werden dann wahrscheinlich auch gleich vorgehen und unsere Bändchen holen und Programmheft und so. Und wir sind wirklich ganz, ganz hinten. Wir werden dann mal die Zeit messen, wie lange es braucht, bis wir vor an der Bühne sind. Vor allem, wir haben hier so richtige Profis am Werk, die einfach mal ihr Zelt auf dem Auto haben. Seht ihr das? Da war auch gerade jemand drin, die schlafen da drin. Das ist übelst heftig, das habe ich noch nie gesehen. Also, wir stehen jetzt gerade an der Bändchen-Ausgabe. Und wir haben von ganz hinten bis zum Bühnengelände tatsächlich nur eine Viertelstunde gebraucht. Hätte mit mehr gerechnet. Mit dem Besoffenen hier hält sich es in Grenzen. Und auf dem Campinggelände gibt es auch solche Stände, wo du Poetschen oder Kaffee kaufen kannst. Das ist ganz cool. Leute, ich habe einen wunderschönen Laden gefunden. Hier gibt es Dildos und Holzwibratoren. Voll schön. Ein kleines Soft-Eis geholt. Mit Kirschsoße und Zuckerschräusel. Richtig nice. Wir machen jetzt erstmal wieder zurück zum Zelt. Und wir haben gerade schon ein paar Bänds gesehen. Und ich denke mal, jeder von euch kennt Accept und Dirk Schneider. Und wir waren einfach mal bei einer Autogrammstunde von Dirk Schneider. Und ich habe für meinen Papa ein Autogramm geholt. Penis! Penis! Weil der leider nicht dabei sein kann. Und da habe ich ein Autogramm für ihn mitgeholt. Und ich hoffe, er wird sich darüber freuen. Das wird eine Überraschung. Das zeige ich Ihnen dann nach dem Festival. Und ich habe ein Foto von Philipp, Alex und Udo gemacht. Kann ich euch mal hier einblenden. Und die nächsten Tage stehen auch noch viele Autogrammstunden an, worauf ich mich sehr freue. Vor allem auf Desserted 4. Ich meine, Desserted 4 habe ich zwar schon öfter gesehen. Und auch schon ein Autogramm. Aber ganz ehrlich, Desserted 4 kann man sich auch genug sehen. Und S6 will ich auf jeden Fall auch noch ein Autogramm von Martin. Und Kobiklani auf jeden Fall. Okay, da wir jetzt unsere Bändchen abgeholt haben und auch unser Programm verguckt haben, zeige ich euch einfach mal, wie das so aussieht. Und werde euch auch gleich mal sagen, wo wir überall hingehen wollen, beziehungsweise welche Bands wir sehen wollen. Also hier ist so das Filmgelände und hier hinten in der letzten Reihe sind wir. Heute am Mittwoch kommt für uns nur noch in Frage Dirk Schneider. Weil alles andere, wir haben Bloodbound, Serious Black, Bloodbound war ziemlich gut. Die haben wir gesehen. Waren dann halt wie gesagt bei der Autogrammstunde für Dirk Schneider. Und heute Abend gucken wir uns noch Dirk Schneider an. Morgen, Civil War, Rage glaube ich auch noch. Und in Extremo, Arch Enemy auf jeden Fall. Am Freitag wollen wir sehen. A VARC, Beyond the Black, Pain, Heaven Shall Burn. Und eigentlich die meisten Bands, die ich kenne und sehen will, kommen halt einfach alle am Samstag. Und zwar, Desserted 4, kann ich euch immer noch empfehlen, hört die euch mal an, meine absolute Lieblingsband. S-Fix auf jeden Fall. S-Fix, Jura, Tafamon. Insonium. Korpi Klani, ey bei Korpi Klani hoffe ich so hart, dass die Wodka spielen. Weil Wodka ist einfach mein Lieblingslied von denen und da kann ich einfach nicht still sitzen. Blind Guardian will Philipp auf jeden Fall sehen. Feuerschwanz wird geil. Wundert euch nicht, denn also auf den letzten Festival Vlogs von Partisan und von Force habe ich ja immer mal viel die Bands gefilmt. Jetzt wurde aber ausdrücklich, wirklich auch ins Festival ABC und überall hingeschrieben. Dass wer mit einem Handy oder Kamera oder sonst was erwischt wird und irgendwelche Aufnahmen von den Bands macht und nicht als professioneller Fotograf eingeschrieben ist, da können die hinkommen und sagen, hier löchst das. Oder die können halt, ja auch im Nachhinein noch, und die können halt auch die Kamera oder beziehungsweise mein Handy konfiszieren. Und ich habe keinen Bock, dass die mir mein Handy wegnehmen. Deswegen werde ich vielleicht mal so ganz unauffällig mal so fünf Sekunden, wenn niemand hinguckt, mal eine Band filmen. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich die Bands filmen kann. Männer von weiter weg und von der Seite. Ich finde, das gehört eigentlich in den Festival Vlogs rein, aber geht halt leider nicht. Da haben doch vorhin, sie mich beobachtet, haben drei, vier, selbst vor den Security-Männern, haben bei Bloodborne mitgefilmt. Und da hat kein Schwein was gesagt. Oder der Security-Typ noch sonst noch jemand. Ja, da habe ich mich aber auch gefragt. Und ich denke mir so, hä, ich denke, das ist verboten. Das finde ich schade, aber ich kann es leider nicht ändern. Hier gibt es ja auch noch ein Denkmal oder so. Keine Ahnung, das heißt Teufelsmauer. Da werden wir morgen auch mal hingehen und uns das genauer angucken. Da kann man nämlich hochlaufen. Das war ich jetzt nicht. Das war ich jetzt. So musst du dich gehen. Das war ich jetzt. Das war ich jetzt. Das war ich jetzt. Ich bin inte muted. I'm your special, what's your job? I'm your better voice. All together. Here's a place I'm to love. Yeah! Yeah! I come and kill you guys here and then. You guys come on to your phone, yeah! On to your phone! guten morgen leute es ist der erste richtiger tag sagen oder der zweite tag der erste richtige tag okay wir machen gerade frühstück löslicher kaffee bräuchten muss die tücher darum kümmern dass die alle was ordentliches zu frühstücken haben das haben die im laufe des tages einfach mal auf den bockner und da muss natürlich auch ein bisschen obst her spricht bananen apfel verschiedene käsesorten irgendwas drauf schmieren butter das alles da sein und kaffee dann sind die auch zufrieden der meister hat gesprochen ja die jungs gehen dann noch ein wasserbehälter holen der zeit schmink ich mich schmink ich mich und danach gehen wir auf die teufelsmauer weil ich glaube auch die erste band die spielt die wir sehen wollen kommt erst 13 uhr noch was und das ist halt mal gerade drei viertel um acht wir sind gewaschen haben gefrühstückt und jetzt machen wir einen kleinen ausflug zur teufelsmauer und von dort oben werde ich euch mal einen schönen überblick geben wie das ganze gelände so aussieht so herrte deswegen ist geschafft kurz dazwischen stopp aber schon kaputt sind und so sieht es von der anderen seite aus und durch den spalt kommen wir dann quasi da hoch und nachdem alex auf klettert vorgang gehen wir jetzt noch so einen wanderweg zu einem anderen fels die pioniere sind meilenweit auf diesen dingen wir sind gerettet 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 und falls ihr euch fragt welchen lippenstift ich drauf habe den nix liquid suede in der farbe 01 stone fox er klärt schon wieder schatz pass auf jungs es gibt mittag grillanzünder was kompletter müll ist die sind alle einzeln in plastik verpackt ich meine und das muss man auch noch mit verbrennen das ist so sinnlose plastikverschwendung wisst ihr leute leckt mich also das eis heißt so und das guckt euch einfach mal an wie groß das ist wie so ein laser schwert und dann immer nur drei euro gekostet ich habe für sich maracuja alex hat blaubeere und für lepas waldmeister so wir haben jetzt auch unsere rock hat sich jetzt gewohnt und ich habe mir das hier geholt das kann ich auch endlich mal anziehen weil die anderen band t-shirts und festival t-shirts die sind immer so männer schnitt und die ziehe ich eigentlich fast nie an obwohl ich sie eigentlich habe weil so ein männer schnitt steht mir nicht und da kann man auch nicht wirklich was zu kombinieren deswegen habe ich mir jetzt mal so ein girly shirt geholt und das ist auch luftiger und das ist wirklich gut weil es ist gerade so sterbend heiß und das hier tut wieder weh ich habe hier irgendwie so eine vene oder ade oder so die geht bis in die schulter und die tut voll weh also wir stehen jetzt gerade an für autogramme von in extremo und wir sind fast in der schlange und ich kann ja euch ja mal zeigen wo die zelte da sind wo das stattfindet abendbrot um ihre aufmerksamkeit die wetterlage ist instabil es besteht in den kommenden stunden eventuell den kopf zu behalten und gegebenenfalls zelte oder andere aufbauten auf dem campingplatz bereits frühzeitig gegen stärkeren wind zu sichern mit dem kopf zu schädeln mit dem kopf zu schädeln mit dem akkord wie ein hättchen Hallo, Tag 2 auf dem Rockharz. Ja, wir essen jetzt auch gerade Frühstück und gestern haben die ja auch so eine Unwetterwarnung durchgegeben, dass es eventuell etwas bremslich werden könnte und es ist mittlerweile schon halb eins. Wir chillen hier die ganze Zeit nur weil es heute eigentlich kaum Bands gibt, die wir sehen wollen. Wir wollen dann zur Autogrammstunde von VARC und heute werde ich diese Farbe drauf machen. Die kommen ins Tale, weil die nämlich zu meinem Urteil passt. So, wir waren gerade von auf dem Bühnen-Gelände und haben uns Autogramme von VARC geholt. Und jetzt machen wir uns wieder zurück zum Zelt und heute Abend schauen wir auch noch ein paar Bands. Und das ist gerade so ätzend heiß. Das geht gar nicht klar. Ich habe beschlossen, dass ich meine aufwendige Frisur jetzt einfach mal entferne und meinen Lippenstift ebenfalls, weil die Hitze hat es einfach unmöglich gemacht, das zu tragen. Meine Haare haben sich komplett verfilzt und der ist immer weggelaufen wegen Schwitzen und so. Ich habe mir jetzt einfach mal ein nasses Handtuch drum gelegt. Jetzt ist es tausendmal besser. Und jetzt, wo man sich gegen die Hitze gewappnet hat, fängt es an mit Hageln. Ja gut. Jetzt ist es gut. Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! All right, Leute! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Übrigens, was ich euch noch gar nicht erzählt hatte, wir haben gestern Abend nach in Extremo, wollten wir eigentlich wieder zu unseren Zeltplätzen gehen und auf einmal höre ich da so von hinten so Steffi, Steffi! Ich dachte immer so, na gut, gibt ja viele Steffis, ne? Auf einmal wurde das immer lauter, so Steffi, Stefanie! Dann tippe ich jemanden an und so, hallo, wir sind YouTube-Abonnenten, können wir ein Foto machen! Vorhin haben wir uns noch mal mit denen getroffen und ein Bierchen getrunken bzw. Wodka-O, äh, Wodka-E. Grüße gehen raus an Alex aus Weimar. Von dem anderen weiß ich leider nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, ja, wir nennen ihn jetzt einfach Jens. Während des Pain-Konzerts wollte ich aufs Klo gehen und da sind wir hinten an diese Sanitäranlagen gegangen. Und ich hab bei den Damentoiletten jede Kabine aufgemacht und da war einfach die ganze Kabine, war so eine Pfütze Wasser und man hatte nichts, wo man sich hinstellen konnte, wo es trocken ist. Also hätte ich mich da reingestellt, dann wären meine Socken durch gewesen. Das war richtig heftig. Unsere Dixis hier um die Ecke, die ziehe ich jeden Festival Klo dort vorne vor. Außer die, die nachts leuchten, die haben auch Spülung und Desinfektionsmittel und so. Die leuchten grün, wenn sie frei sind und wenn sie zugeschlossen sind, leuchten sie rot. So, wir gehen jetzt wieder vor zu Heaven Shall Burn. So, heute ist Samstag, Tag 3. Heute ist auf jeden Fall das Wortet 4 dran. Ja, wir spielen auch dann schon bald. Das sind eigentlich alle Bands, die ich so am allerliebsten sehen wollte. Und die fallen alle auf den Samstag, deswegen ist heute irgendwie volles Programm. Ein Panther und ein Tiger in der freien Wildbahn. Jetzt gilt es keine hektischen Bewegungen zu machen. Keine ruckartigen Bewegungen. Keine ruckartigen Bewegungen. Dann schaffen wir es auch lebend hier raus. Vor allem der Panda macht mir Angst. Ich machlicke. Aufpunkt. Ich danke dir dassifen. Es macht ihr euch. Ja, also wir waren gerade bei Deserted 4. Die waren natürlich mal wieder mega geil. Leider haben sie halt viel zu kurz gespielt. Naja, im November sehen wir sie wieder am Hellraiser in Leipzig. Und dann haben wir uns nach Autogramma-Funding geholt und haben ein richtig cooles Foto gemacht. Und das coole, was ich euch noch gar nicht gesagt habe. Der dunkle Parabelritter hat ja gesagt, dass er vielleicht auch mal nach dem Tag auf Rockharts sein wird. Und wollte wahrscheinlich irgendwie dann doch nicht kommen. Und ich habe ihm so eine Nachricht auf Facebook geschrieben, ob er denn jetzt kommt oder nicht. Und der hat mir einfach mal eine Sprachnachricht zurückgeschickt, dass er kommt. Also werde ich wahrscheinlich einfach mal einen dunklen Parabelritter treffen. Für mich mega geil, weil ich ein mega Fan von ihm bin. Ja, werde ich dann auch mal ein Foto mit ihm zusammen machen. Ich bin gespannt. Also wir sind Essings aus der Niederlande, wir müssen auch für euch... Ja, okay. Ja, okay. Ja, ungefähr. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Das war's für heute. Also wir waren gerade bei Copiclani. Und jetzt stehen wir bei Blind Guardian an und das kann, glaube ich, noch eine Weile dauern. Eine ganze Weile dauern. Ja, eine ganze Weile. Das war's. So, gerade waren wir noch bei Esfix bei der Autogrammstunde und dann warten wir jetzt noch auf die Autogrammstunde von Feuerschwanz. Dann gehen wir kurz ins Zelt und dann essen wir und dann schauen wir uns noch das Konzert von Blind Guardian und von Feuerschwanz an und dann geht es, glaube ich, auch langsam ins Bettchen und Mehl saufen und ficken. Mann, ich meine den Gratisschnaps, wir haben einmal gratis ficken bekommen, das wurde verteilt, also der Schnaps, nicht was ihr jetzt denkt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 auf einmal angefangen zu schreien. Das war richtig Horror. Er hat richtig laut geschrien, die hat fast die Band übertönt. Er hat sich um sich geschlagen und hat geweint und sich eingekrallt in den Armen von dem Typen und ist dann wieder ohnmächtig geworden. Das ging dann immer im Wechsel, immer ohnmächtig schreien, weinen, ohnmächtig schreien, weinen. Und bis sie die abtransportieren konnten, mussten die, glaube ich, so Beruhigungsspritzen geben. Und dann hat es auch noch eine Weile gedauert und viel Zusprechen von dem Typen, wo ich denke, dass sie ihr Freund ist. Das war echt heftig. Ich saß da, ich kannte die nicht, aber ich habe mir mega Sorgen gemacht, weil ich dachte mir so, Alter, wer hat der was in den Trink gemischt, dass die so abgegratet. Das war, also ich hatte da richtig Herzklopfen und ich habe echt gezittert, weil ich dachte mir so, du sitzt auf dem Festival auf der Wiese und da ist so viel los. Dass jemand neben dir fast stirbt und du merkst es gar nicht. Was wäre, wenn der Typ nicht da gewesen wäre und die Sanitäter gerufen hätte? Wir hätten uns das Konzert angeguckt, hätten die gar nicht bemerkt. Die wäre genau neben uns einfach gestorben. Und da wollte ich einfach nochmal einen Appell an euch geben, wenn ihr auf irgendwelchen Partys oder Festivals seid, nehmt keine Getränke von Fremden an oder irgendwelchen Leuten, die ihr nicht so gut kennt und passt auf eure Getränke auf, dass da niemand was reinmachen kann, weil solche Verrückten gibt es überall, immer. Ja, und achtet auf eure Mitmenschen, wirklich. Geht mit offenen Augen durch die Welt, es passiert immer was und es gibt immer jemanden, der eure Hilfe gebrauchen kann. Wieder Sprung in die Vergangenheit und zurück zur Abmoderation. So, Hallöchen Leute, wir sind jetzt schon wieder zu Hause und kultiviert und fahren jetzt gleich zu Alex' Oma grillen oder so. Dann war es das auch schon wieder mit dem Festival-Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann natürlich Daumen nach oben. Kommentiert, wie ihr das Video fandet oder ob ihr auch schon mal auf dem Rockharts wart, würde mich mal interessieren. Und natürlich Und nicht vergessen zu abonnieren.